Ihr werdet mir nicht glauben, was mir heute passiert ist, denn ich mache heute die zufällige Battle Pass Boss Skin Challenge. Wenn ich Hades habe, darf ich nur seine mythische Waffe spielen und mit seinem Medaillon. Das gleiche gilt bei Zeus. Dann haben wir hier C-Büros, Cerebros und Aris. Aber den Skin gibt es noch nicht. Aber der sieht gleich aus. Omega Skin sieht gleich aus. Schau das Video unbedingt bis zum Schluss, wenn du besser in Fortnite verenden willst. Lass ein Like da und abonnier den Kanal, denn bald zeige ich mich. Abonnier bitte. Bitte abonnier mich bitte. So, Freunde, ich bin richtig gespannt, wen wir als erstes haben. Und wir haben, Spaß, ich wusste es schon. Cerebrus, C-Büros, Hukuspokus, C-Büros. Sein Name ist zu schwer. Ich habe einen Big Baba Bubu Bibi Plan gemacht und zwar, also, wie soll ich sagen? Als erstes brauche ich eine Kiste oder irgendeine Waffe. Hier ist eine Kiste. Gib mir Waffe, gib mir Waffe, bitte, bitte, bitte. Okay, gut, eine AK kann ich gebrauchen. Da ist einer. Egal, ich öffne jetzt erstmal diese Kiste hier. Okay, wo ist der jetzt hin? Hä? Der war doch hier. Er kommt, er kommt. Lass mich trinken, lass mich trinken, bitte. Ah! Oh, oh, nein, nein. Okay, sehr gut. Er hat aber einen Mate irgendwo. Wo ist dein Mate? Da, du, um. Dann sag halt nicht, wo dein Mate ist. Egal, ich mach den Boss jetzt. Ist mir egal. Hallo? Hallo? Ich kann Tab nicht öffnen. Was ist das? Hier ist doch einer. Guck, guck, hallo. Was? Was? Ist das eine Falle? Warte, Bro. Warte doch. Hey, ich dachte, wir machen ein Konzert, Alter. Naja, okay. Ich schmeiß die Statue jetzt um. Und weg mit dir. Wo ist der Boss? Welche Waffe hat der Boss eigentlich? Was ist das? Das sind Hunde. Oh. Oh mein Gott. Komm schon, Boss. Stirb. Äh? Hallo? Wow. Junge, wie... So, her jetzt mit deinem Medaillin. Da ist es. Da ist das Medaillon und seine Waffe. Aber, Leute, ich kann... Warum hat Fortnite... Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Seht ihr dieses Flackern? Habt ihr auch diesen Fehler gehabt? Okay. Ihr müsst jetzt aufpassen, dass ich keine andere Waffe benutze, okay? Sobald ich die andere Waffen benutze, müsst ihr das in den Kommentaren schreiben. Das ist jetzt eure Aufgabe. Ich hab hier jemanden schießen hören. Ich hab die größten Segelohren. Hier hat jemand geschossen. Da, guck, 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 guck. Hier ist jemand. Hallo, wer ist da? Ein Kalingo. Klalingo. Wie heißen die? Die heißen doch Klalingo, ne? Warte mal. Klalingo, Kalingo. Ja, Klalingos. Das sind Klalingos. Aha, hier gibt's Fetzerei. Er schießt auf mich. Bist du nicht mal alle Birne oder was? Oh, wow. Junge, hast du nicht mal alle Birnen oder Birne oder was? Ey. Ey. Er wirft Bananen. Ehrenfrau. Das ist Medusa. Warte mal. Kann ich mich verwandeln? Ich will mich verwandeln. Mülltonne. Die sehen mich nicht. Oh. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, warte. Okay, ciao. Ciao. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Es wird ernst. Was macht der? Oh, der Bree will pushen, aber nicht mit mir. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, wow. Hä? Wie bin ich da durchgeglitscht? Habt ihr das gesehen? Einfach Illuminati. Junge, ich bin von den Illuminatis. Chill mal ein bisschen, ja? Weißt du, Junge. Okay, jetzt bin ich so sauer, Digga. Aua. Aua. Breakfast ist sauer. Okay, okay. Ich bin nicht sauer. Warte mal kurz. Oh, Gott. Klippo. Pause. Verschieß nicht. Hä? Der dachte, ich bin da rum. Alter, diese Fähigkeit ist ja richtig krass. Irgendwo hier ist die andere Fähigkeit. Der ist hier irgendwo. Oh. Okay, okay, okay. Oha. Brata, Bratina. Oh. Yo. Jetzt wird... Okay. Du willst Ärger mit mir? Okay, du kriegst jetzt Ärger. Guck mal jetzt, was ich mit dir mache. Oho. Nein, nein, nein. Wo ist der? Hallo. Junge, bist du alle büren oder was? Ja. Neymar. Neymar hat mich geholt. Ich habe eine Aufgabe für dich. Welchen Boss muss ich jetzt spielen? Wenn du das weißt und erraten kannst, schreib es in die Kommentare. Ich spring raus in drei, zwei, eins. Es ist Zeus-Abi. Und das wird schwer jetzt. Hier ist doch... Ist hier... Da ist ein Pferd. Hä? Warum ist da ein Pferd? Einfach ein Pferd fliegt in Fortnite. Okay, eine Waffe habe ich jetzt schon mal. Ich muss... Oh, hier ist einer. Ich muss clearn. Dann holen wir uns Zeus. Ey, bleiben Sie stehen oder die Polizei... Ich rufe dann. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Junge, mein Deutsch ist kaputt. Wegen dir. Okay, ich schmeiß die Statue um. Und weg mit dir. Okay, Zeus-Abi. Komm mal jetzt her, hä? Denkst du, ich habe Angst vor dir? Komm, zeig dem Göttervater aus, welchem Holz du geschnitzt bist. Ich bin aus keinem Holz. Ich bin Albaner. Komm her. Hä? Schmeckt das? Sag mal, was willst du machen, hä? Was willst du machen? Oh, Spaß. Spaß. Spaß, Abi. Zeus-Abi, du bist der Beste. So ein Dummkopf. Wo bist du? Ah, so. Das gehört mir. Und das auch. Und das auch. Warte mal, das gehört mir. Die Waffe weg. Okay. Zeus benutzt Blitze. Darum darf ich auch. Da läuft einer. Guck jetzt. Headshot, Headshot. Oh, getroffen. Zeig dich nochmal. Guck jetzt. Oh, ich bin die beste Sniperin. Sniper-Königin. Hier stimmt etwas nicht. Junge, bist du blöd oder was? Oh, getroffen. Jeder Schuss hat getroffen. Habt ihr das gesehen? Wer will eins gegen eins gegen mich? Sniper-Duell, hä? Wo ist der? Hier fährt einer Motorrad. Oh. Getroffen. Getroffen. Ich bin der Beste. Was willst du denn jetzt? Yo. Wo kommst du denn her? Wie ist dein Name? Wie heißt dein Name? Nimm das hier. Und Schabalabadoo. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, diese Runde hole ich den epischen Sieg. Sonst bin ich ein Lutscher. Da ist doch einer an der Wand. Bin ich blind auf beiden Ohren? Hä? 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 Wie habe ich ihn getötet? Was war das gerade? Hä? Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott. Woher kam der? Einfach Harry Potter. Harry Potter. Ich glaube, es wird Zeit für meinen Blitz. Irgendwo ist hier einer. Wer? Oh, die Bots schießen auf mich. Wo ist der? Die Blitze sind zu OP, Alter. Yo, yo, yo. Okay, okay. Ich gehe ja schon. Lass mich mal in Ruhe. Alles gut. Alles gut. Hallo. Ihr kriegt mich doch eh... Aimbot. Aimbot. Kommandant hat Aimbot. Der Bot hat mich gekillt. Was? Wie das denn? Einmal bitte alle ripen, Chat. Einmal bitte ripen die Kommentare. Bitte. Okay, Freunde. Wir haben Aris. Ich sage euch ehrlich, ich bin dort noch nie gelandet. Keine Ahnung, wie der Boss ist und welche Waffe der hat. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt reißen werden. Okay. Da lande ich auf jeden Fall schon mal nicht. Kannst du knicken. Okay. Hier gehe ich auch nicht hoch. Okay, das Haus gehört mir. Das Haus gehört mir. Und dann gehen wir hoch und clearen alles. Oh, hier sind Gegner. Das Haus gehört doch nicht mir. Einmal ganz kurz hier weg, bitte. Bitte schießen. Guck mal, jetzt kommen die raus. Kommen die raus. Schießen die? Nein, nein, nein. Warum? Okay, Leute. Ich zeige euch jetzt einen Trick. Ich zeige euch jetzt den krassesten Trick. Die sind hier jetzt unten. Ich fahre das Auto jetzt runter und steige aus. Jetzt denken die, ich komme runter. Okay, nein. Die denken das nicht. Die sind hinter mir her. Nein, bitte. Bitte. Okay, ich verstecke mich hier. Er sieht mich nicht. Solange ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Ich habe Augen zu. Oh, bitte. Komm schon, komm schon. Geh doch weg einfach. Geh. Ja, ja. Nein, nein, nein. Bitte. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich schwöre. Wann werde ich fertig hier? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Alter, diese Challenge hat mich gebrochen. Aber Leute, wir haben diese Runde den einzig wahren Hades. Keine Ahnung, wer die Waffe der hat. Ich habe die auch noch nie. Okay, wir haben eine Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Und ich glaube, hier landet einer. Wo ist der? Da. Komm zu. Papa. Wo ist der? Da. Ja, Junge. Warte ganz kurz. Ich komme gleich zu dir. Ich hole einmal kurz diese Kiste. Dann bin ich gleich wieder für dich da. Was haben wir hier drin? Okay. Wie fühlt es sich an, da zu liegen? Interessiert mich nicht, du Domgob, ey. Ich glaube, da will einer die Statue umwerfen. Da ist einer. Oh, du Kleiner. Na, das ist meine Statue. Was bist du, was du denkst, Junge? So, und weg mit dir. Komm her, Hades. Wo bist du, hä? Hast du wieder diese Hunde? Oh, nein. Hallo, Hades. Hä? Oh, die sind unsichtbar. Okay, Spaß. Junge, es reicht jetzt aber auch mal hier. Feierabend. Okay, Hades, Hades, Hades. So. Guck jetzt. Editieren. Papam. Ha, du Dummkopf. Kannst nicht editieren, hä? Du kannst nicht mal bauen. So. Sein Medallin haben wir jetzt auch. Okay. Warte, ich muss jetzt einmal ganz kurz die Waffe wegwerfen. So. Oh, haben wir eine coole Waffe bekommen, ne? Warte mal, hier ist noch ein Boss. Die machen den Boss gerade. Die haben ihn sogar gleich. Okay, die haben ihn. Guck, guck. Boom, Junge. Wow. Komm. Wo ist der? Komm doch, wenn du dich traust. Komm doch, wenn du dich traust. Jetzt bist du jetzt trotzdem sauer geworden. Wo ist der, hä? Willst du deinen Mate holen? Kennst du, kannst du knicken? Knick mal ganz schnell knicken. Wo ist der, hä? Wo ist der Mate eigentlich? Aha. Ja, jetzt ist dein Mate weg. Tut mir leid. Junge, was? Er will abhauen. Okay, wir nehmen Verfolgungs... Verfolgungs... Wir nehmen die Jagd auf. Junge, was war das denn? Hör, er ist tot. Warum ist er tot? Er hat geklaut. Okay, den jagen wir. Ich, ich gehe... Nein, nein. Er hat mein Medallin geklaut. Junge, du kannst dich abhauen. Bleib mal stehen. Hä? Da ist noch einer. Wo ist der andere jetzt hin? Junge, ich werde... Ich werde die verfolgen. Ist mir egal. Hier ist der, hier ist der, hier ist der. Hallo. Junge, du kannst hier nicht... Das ist mein Medallin. Wo willst du hin? Boah! Boom! In der Luft. Schmecki, schmacki, schmucki, schmacki, schmacko. Du schmacko. Oh, sein Med kommt. Oh, ich muss nachladen. Okay. Nein, bitte nicht. Ich darf jetzt nicht... Warte kurz. Oh! Junge, 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 Junge. Hast du mich erschrocken? So. Leute. Da ist das zweite Medallin. Ich kann es natürlich mitnehmen. Ich darf natürlich die Waffe nicht benutzen. Oh. Jetzt habe ich die Waffe gedoppt. Hallo. Ich will das Medallin. Oh, meine Waffe wieder. So. Okay. Und... Hallo. Gut. Damit haben wir zwei Medallins. Meine Siegelohren haben wieder zugeschlagen. Patsch. Patsch. Hier ist einer. Und dann lag der da. Irgendwo ist der hier. Hä? Was macht der da? Hallo. Und du hast Feierabend. Hehehe. Wow. Der wollte... Der wollte mich snipen. Oh. Nein, 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 nein. Ich muss hier... Hallo. Ich muss... So. Einmal ganz kurz hier. Und dann hier hoch. Puschen die mich gerade? Der pusht mich. Okay. Es wird ernst. Es wird gerade richtig ernst. Das ist ein Schwitzer. Das ist ein Schwitzer. Ich rieche das. Ich rieche das. Er stinkt. Oh. Wo ist der? Hallo? Was macht ihr da unten? Kommt ihr auch? Wollt ihr... Oh, komm. Junge. Was machen die da? Hä? Da ist er. Oh. Schmeck. Sag mal. Sag mal. Schmeck. Oh. Da ist ein Gnade. Okay. Solange ich Highground habe, ist alles super. Oh. Ich glaube... Er kommt hoch, oder? Oh. War gut. Sag mal. Hä? Jetzt wirst du sehen, Junge. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hier war doch noch einer. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ein dickes Problem. Ich... Oh. Ein AP. Ich habe nur ein AP. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh mein Gott. Ein AP. Bitte nicht. Er wirft Blitze. Er wirft Zeugsblitze. Nein. 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 Wenn ich jetzt sterbe, ist alles vorbei. Dann muss ich noch mal in eine Runde reingehen. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Braxy. Ganz ruhig. Die kommen. Oder? Ich glaube, da kommt. Die kommen. Die kommen. Lass mich bitte... Oh. Er lässt mich nicht fuhl heilen. Okay. Ah. Jetzt habt ihr den Salat. Ihr Dummköpfe. Ihr Trottel. Mit einer AP bin ich euch entkommen. Guck mal. Du denkst, du kannst ihn wiederholen? Denkst du? Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich richtig sauer. Aua, aua. Braxy ist sauer. Mit einer AP habe ich gezaubert wie Harry Potter. Dun, dun, dun. Ach, Kills. Es leben noch vier Leute mit mir. Oh, da ist einer. Der könnte das Medaillin haben. Das dritte Medaillin. Junge, bist du lost? Was war denn deine Mission hier unten? Oh, da kommt noch einer. Wow, 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 wo ist der? Oh. Oh. Okay. Ich habe ein kleines Problem hier gerade. Ich will mal ganz kurz. Junge, was ist los mit dir? Komm her jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal ganz kurz. Guck mal, Trick 17, Leute. Okay, das war nicht Trick 17. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Zehn Kills. Es lebt noch einer und hier ist noch ein Medaillin. Wir haben jetzt drei Medaillins. Was? Oh mein Gott. Ich kann es schaffen. Leute, wenn du denkst, dass ich den epischen Sieg hole, lass jetzt ein Like da. Und wenn du richtig gelegen hast, sehe ich das, wenn du gelagst hast, natürlich. Wo ist der? Ich habe drei Medaillins. Ich darf jetzt nicht. Meine Maus. Meine Maus. Was war das? Wo ist der? Da ist er. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin der beste Spieler der Welt. Ich bin der beste Spieler. Oh mein Gott. Wir haben den epischen Sieg geholt mit Hades. Leute, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Probiert diese Challenge aus. Und wenn du sie geschafft hast, dann abonnier mal diesen Kanal auf korrekt, auf süß. Und schreib deinen Epic Games Namen unten in die Kommentare. Vielleicht erde ich dich.